Oh, was könnt ihr denn in der Sache festen? Komm, Guckis, wir müssen uns vorhin wieder rausholen. Oh, es hat sich ja lebt, wenn wir das torten Arzt, wenn wir das nicht kennen. Ich habe eine Idee, den Macher ist noch nie an uns gelungen, weil es noch immer an uns gelungen ist. Das ist eine gute Idee, wir müssen uns beeilen. Lass mich auch. Mama, Mama, wir haben ein Scherzteil gefunden. Was ist denn das jetzt? Ja, wir haben uns noch mal eine Falle zu kommen. Ohne, jetzt hat sie sie kommen. Dann lass mich noch sehen. Ihr Bein ist reich verstaubt. Wir müssen sie für zwei Wochen hier behalten. Können wir sie nicht für immer gehalten? Sieh doch, das ist doch so süß. Zuerst muss man in der Praxis bleiben. Aber wir können den anderen helfen, indem wir die Gesitze suchen. Wir können nach Rappen noch von unserer Adresse rauschreiten und sie abkennen. Okay, nach dir. Eine Woche später. Aber wir haben noch Rappen und du Katze verstehst du nicht so gut. Aber als wir in die Praxis gebracht haben, haben sie klar auch schon nicht verstanden. Wer ist denn hier nun? Na, was, Katzren? Okay, ich verspreche. Wenn sie bis morgen keiner werden hätte, wir halten wir jetzt. Aber wir müssen abstauschen und sich dafür in das Katzrenportal. Ein Tag später. Komm, Susi, ihr sollt sich bis heute noch immer keiner werden. Genau. Das habe ich schon fast vergessen. Komm, wir sind jetzt Mama. Mama, Mama, es hat sich nicht weiter immer noch keiner in der Welt. Kinder, wer ist das, die in der Welt, hm? Wir haben nicht. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob sie gerade in das Katzrenportal. Ich hätte das Katzrenportal gewonnen. Dann sehen wir, ob sie sich vertraut. Puh, puh, Miau, Miau. Miau, sie kommt mal an, sie wird nicht mehr an. Und das ist das Ende der Betriebe, da muss da bloß Katzren. Das ist das Ende der Betriebe, da muss man sich vertraut. Applaus 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 So, mal.